Die letzte überlieferte Urkunde des Markgrafen Voldemar wurde an seinem Sterbetag aufgesetzt. Darin bestellt er sein Begräbnis und stiftet dem Kloster drei Dörfer. Da er keine Nachkommen hatte, stirbt mit ihm sein Geschlecht, die Askanier der Linie Johann I., aus. Er findet wie seine Vorfahren die letzte Ruhe in der Koriner Klosterkirche. Markgraf Voldemar vereignet zu seiner und seiner Vorfahren Gedächtnisfeier dem Kloster Korin, wo seine Vorfahren ruhen und wo auch er sich sein Begräbnis bestellt, die Dörfer Golzo, Buchholz und Großziten. 14. August 1319 Im Namen der heiligen, ungeteilten Trinität. Die vergänglichen Werke der Menschen zerstört das Vergessen, die Mutter des Irrtums. Wenn sie nicht durch wohlgesonnene Schriften festgehalten und so dem Erinnerungsverlust entzogen werden. Daher wollen wir, Voldemar, durch Gottes Gnade Markgraf von Brandenburg und der Lausitz, aufgeschreckt durch die Posaune des letzten Gerichts, dem Tag der Vergeltung, soweit wir es vermögen, durch fromme Werke zuvorkommen, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen und je nachdem, was wir getan haben, den Lohn empfangen. Auf dem Weg zwischen Gegenwart und Ewigkeit machen wir bekannt, dass wir dem Kloster Korin in der Diözese Brandenburg, in dessen Mauern die Körper unserer Vorfahren ruhen und wo auch wir aus dem Leben abberufen, begraben sein möchten, zu unserem und unserer Ahnen Seelenheil, das Vermögen von drei Dörfern zu ewigem Eigentum und rechtmäßigen Besitz gaben. Wir übertragen und schenken nämlich das Dorf Golzo, das Dorf Buchholz und das Dorf Großzieten und im Dorf Golzo insbesondere die hohe und niedere Gerichtsbarkeit. Wir erklären wahrheitsgemäß und ausdrücklich, dass wir alle Rechte und Nutzungen, die wir in den vorgenannten Dörfern besitzen, nach unserem Belieben preisgeben können, damit also gegenüber unseren legitimen Nachfolgern und an dieser Schenkung beteiligten Spendern, die von uns aus vollkommener Freiheit unter dem Namen einer Stiftung wie vorausgeschickt, gemachte Schenkung ohne jeden Zweifel fortbestehe, gaben wir dem genannten Kloster bei unserem vollen Bewusstsein diese mit unserem Siegel geschützte und bekräftigte Urkunde. Gegeben und vollzogen in unserer Stadt Beerwalde, während der Vigil am Tag der heiligen Empfängnis der Jungfrau Maria in Gegenwart unserer zu diesem Zwecke besonders herbeigerufenen Getreuen des würdigen Vaters Herrn Heinrich, Bischof der Diözese Havelberg, Herrn Gunther, Graf von Käfernberg, Truxes, Johann von Blankenburg, unser Mundschenk, Redekin, unser Marschall, Wendigo von Wedel, Herr Eberhard und Herr Walter, Pröbste von Berlin und Pretzwalk und vielen anderen Würdigen. Im Jahre des Herrn 1319 Am genannten Ort und Tag Das Kloster besteht fortan ohne die enge Beziehung zum jeweiligen Landesherrn. Auch aus dieser Zeit haben sich zahlreiche Urkunden erhalten. 1542 wird das Zisterzienserkloster in Korin infolge der Reformation aufgelöst. Diese Urkunden hat Dr. Gunther Nisch aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt und 2007 veröffentlicht. Es sprachen Peter Reinhardt und Roland Hemmo. Der Reinhardt und Roland Hemmo